Jetzt zeige ich Ihnen das Printdokument auf der zweiten Seite und gleichzeitig auch das Flashdokument im neuen Fenster. Öffnen wir dazu ein neues Fenster und natürlich sehen die exakt gleich aus. Das ist der Vorteil, wenn Sie vom Printdokument ausgehend auch HTML oder Flash erzeugen möchten. Das Design bleibt konsistent. In diesem Fall möchte ich einige Boxen im Flash-Layout umherschieben, sodass wir den Unterschied erkennen und im Print-Layout ändert sich natürlich nichts. Jetzt kommt wieder mal der Auftraggeber und sagt mir, dass es statt 45 neuen Designern nur noch 44 neue Designer sind. Was mache ich hier? Ich könnte suchen und ersetzen die 45 in 44, aber dann würden auch gleichzeitig die Angaben zu den Yachten, nämlich die 45 Meter, geändert. Bitte schauen Sie auf das Print-Layout, wenn ich hier im Flash-Layout diese Zahl ändere. So kann man also schnell und einfach die Werte von 45 auf 44 oder 40 Designer ändern. Wir schließen jetzt das Fenster für Print, weil wir ja mit dem Flashdokument weiter arbeiten möchten. Wir haben jetzt ein statisches Flashdokument und Sie können sich das vorstellen wie bei PowerPoint oder in PDF, wo Sie mit den Cursor-Tasten durch die Seiten navigieren können. Das ist jetzt aber nicht das, was wir so typischerweise im Web erwarten. Wir wollen ja auch Interaktives erstellen. Dafür können wir ein Fenster öffnen mit der Interaktivität. Bevor wir das machen, möchte ich aber die Bibliothek öffnen, weil wir hier einige Elemente vorbereitet haben. Sie sehen hier eine Schaltfläche und die Schaltfläche möchten wir mit auf unser Layout ziehen, auf die Seite 1. Sie soll beim Klicken auf die Seite 6 navigieren, wo noch einige Touren angezeigt werden. Hier ist also keine Programmierung notwendig. Alles, was wir benötigen, ist jetzt das Fenster interaktiv. Das öffnen wir jetzt und hier wird alles kontrolliert, was mit Interaktivität zu tun hat. Meine Schaltfläche ist bereits definiert als Schaltfläche. Das wurde schon vorher so angelegt. Gehen wir einmal zu den Events. Hier kann festgelegt werden, was der Benutzer macht. Zum Beispiel auf die Schaltfläche klicken und beim Loslassen passiert etwas. Was jetzt passieren soll, wird in den Aktionen festgelegt. Wir möchten ja auf die Seite 6 navigieren. Also gehen wir auf Seite, Anzeigen und geben die Seitennummer ein, Seite 6. Zum Schluss können wir noch bestimmen, welchen Effekt wir als Übergang haben möchten. Zum Beispiel einzoomen oder wir können auch einen Vorhang nehmen, je nachdem, was Sie möchten. Zoom ein wird ausgewählt und wir geben zum Schluss die Zeit an, zum Beispiel zwei Sekunden.